Die Fliege von Wilhelm Busch nach dem Münchner Bilderbogen Nummer 425 Dem Herrn Inspektor tut's so gut, wenn er nach Tisch ein wenig ruht. Da kommt die Fliege mit Gebrumm und surrt ihm vor dem Ohr herum, und aufgeschreckt aus halbem Schlummer schaut er verdrießlich auf den Brummer. Die böse Fliege seht, nun hat sie sich festgesetzt auf seiner Glatze. Wart nur, du unverschämtes Tier, anit so aber komme ich dir. Behutsam schleicht er nach der Tasse, daß er die Fliege da erfasse. Padauz, darin ist er gewandt, er hat sie wirklich in der Hand. Hier schaut er nun mit großer List, wo sie denn eigentlich wohl ist. Surr, da, sie ist schon wieder frei, ein Bein, das ist ja einerlei. Jetzt aber kommt er mit der Klappe, daß er sie so vielleicht ertappe. Und um sie sicher zu bekommen, hat er den Sorgenstuhl erklommen. Rombums, da liegt der Stuhl, und er. Die Fliege flirtert froh umher, da holt er aus mit voller Kraft. Die Fliege wird da hingerafft, und fröhlich sieht er das Insekt am Boden, leblos ausgestreckt. Erquicklich ist die Mittagsruh, nur kommt man oftmals nicht dazu.